Musik Ketchup! Eins! 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 Lukas! Eins! Kornel Zapatka! Polish BJJ Legend! Sp percepcję ice-up, and press a pojazd! Yauh! First match. The tournament held the atten. The tournament played Golden Jiu Jitsu. He was an old player! He was based on his own history. Full network at the beginning. What were you talking about? 9. Ah, it was a good match. Okay, verblieben sie. Hey, wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ein bisschen die M-Maschine so. Hallo, wie geht's dir? Hallo, gerne. Geh mal auf die Seite. Handschuhe ab. Jetzt noch mal die Dings, die das nicht wegstehen. Schwarz ist Pferd. Schwarz ist Pferd. Hinks, Hinks. Der Nigerian Stallion. Destiny. Eins, zwei. Drei. Wapp, wapp, 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 wapp. Wapp, wapp, wapp. Wapp, wapp. Wapp, wapp, wapp. Wapp, wapp. Wapp, wapp. Jawohl. Wenn Tag ist, wenn du berechtest, gehen wir. Wann du übernimmst? Du sagst es, sag mir vor. Heute ist dein Tag. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. 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 Das war's! Das war's, das war's! deixa sie mit dir... Jawohl. Regslüge, regslüge mutter. Sweat her, Alternatifsoun. Jawohl, sehr schön. Ja, vaat her..... Barst stand und schü descriptive. Barst stand und schümpeln. John King! gers über den Ball거야! латeler Who wrong? Wall! Los! 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 20, 20! 20, 20! Komm! Bezmeldet! Wo goes! Steh, grobe! Steh! Benig, geht nicht! Keh! Nein! Geh! 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 Das ist Action! Geh' Die Schrift doch an. Geh'an, 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 geh'an! Geh'an! Geh'an, Geh'an! Geh'an, Geh'an! Geh'an! Was ist gut! 1,2,3 Start! Pass auf du an! Pass auf! Brav! Pass auf! Pass auf! Pass auf! Hand auf! Hand auf! Das ist die Hand auf! 1,3,3 2,3 Das war's für heute. mit dem Richtig, ich hab's mit dem Geld, ich hab's mit dem Geld. Hier es gab es einstimmige Punkte-Richterentscheidung. 3 zu 0 für die rote Rücke. Ich bin einstimmig, der Muslim in der Skönl. Ich versuche auch ein Sportpferder draus. Für seine Kinder des Dr. Manuel. Zwei Löwen, wirklich zwei Löwen. Kommt, komm, komm. Wir haben jetzt dieses Mal wieder gewichtet, das Wettergewinkel ist. 77 Kieler. Dessewin! 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 Husser ist an geschickt, dass Sie diesen 순간 über den Lufen des Lufen. Ich riefe den ersten Kämpfer in den Laufen der Daniela den Fox-Chempiele. Hast du das komplett gut umgesetzt. Diese harten, ab und mal gut, diese Kombo, harten, lockig, harten, lockig, das war top, meine Schwester war wirklich top. Der Trainer ist schon länger, ich habe gesagt, du kommst vom Jiu-Jitsu, du kommst vom Jiu-Jitsu, du verteidst besser lockig als ich. Mach dir keine Sorgen, nicht den Kopf hängen lassen, du hast gezeigt, was du kannst, du hast gekämpft bis zum Ende. Du kannst Jiu-Jitsu, du kannst dringend, du kannst alles, du kannst alles. Nein, wirklich, Destiny, wirklich, es gibt keinen Grund, wozu du jetzt traurig sein kannst, wirklich, es gibt keinen Grund. Lass dich jetzt feiern, ruf sie an in Afrika, sag ich habe gewonnen, sag ich habe gewonnen und das war's. Wir haben gewonnen jetzt. Für uns hast du gewonnen. Das war alles andere als eine Niederlage, also denk nicht mal so. Für uns alle ist so jeder. Wir sind stolz auf dich. Falsch, Falsch. Minuspunkt hat er bekommen. Minuspunkt, sagst du? Das geht nicht, dass er 3 zu 0 bekommt. Das geht nicht. Unmöglich. Du hast alles gemacht. Du hast alles gemacht. Ich verstehe. Was notwendig war, aber wie Dana White immer sagt, never leave it to the judges. Also wenn wir nicht submitten oder K.O. schlagen, dann... Ja wirklich, wir sind stolz auf dich. Ja wirklich, wir sind stolz auf dich. Das geht nicht. Bravo... Bravo... Bravo?! Überstelle! Wir sind hier unsere Freunde, die Champions. Wir sind основ 또. Wir sind задач already. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Er hat seinen Bein abgefangen. Er hat seinen Bein abgefangen. Er hat den Kick gegeben. Er hat den Bein abgefangen und hat ihm einen gegeben. Deswegen steht er auf und wird angezählt. Das geht nicht. Ich bin ausgerutscht. Ich bin so, ich stehe auf und wird angezählt. Das geht nicht. Bei Kopftreffer, wo du schwach wirst, dann. Aber nicht bei ihm, bei Low Kick. Du musst zahlen. Erste Runde, zweite Runde, sagst du Raffer und zahlen. Uwe, es war so aus Erfahrung. Er hat nicht gewonnen. Er hat nicht gewonnen, deswegen. Uwe, ich melde mich bei dir dann nächste Gala. Wenn du wieder Rafferier bist. Nur wir zwei und die Kamera. Adrenalin pur. Dann wird sich sicher freundern. Top Vorbereitung. Top, Top Arbeit. Ich schwöre dir. Es tut weh. Ja, sicher. Mir tut's nicht so weh. Mir tut's nicht so weh. Mir tut's nicht so weh, weil ich weiß, wie Destiny geht. Ja. Mich stört nur die Entscheidung, aber nichts. Schau, Flo, mein erster österreichischer Supporter. Stefan. Ja, aber siehst du, er ist zu dem Kampf rechtzeitig gekommen. Nicht zwei, drei Stunden später. Ja, siehst du. Ich vergesse sowas nicht. Ich weiß. Österreicher ist nicht mehr für den Klichter. Das ist das Bessere, wenn man das rechtzeitig hat. Warum? Woh! 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 Noch? Ja, insgesamt. Mit dem werden wir dann noch… Genug, Ren. Okay, genug. Ich wollte das Bein holen, ich wollte den Bein zurückschieben und den Druck einfach drauf gemacht. Also nichts ausgeblich ist, auf einmal Kili-Faul. Sport. Und was ist jetzt unsere Sportpolitik? Unser Handwerk ist halt gefährlich. Vielleicht nicht auf der Mathe. Ich glaube, es kommen einfach mehr Sachen dazu. Dann muss ich jetzt festhalten. Am nächsten Pro-Wigs-Manschlatsfeind im Federgewicht bis 66 Kilogramm. Erfolierte Abba B.J.C.T. Erwinke Prüßke! Selma Arjen! Selma Bruna! Selma Bruna! Selma Bruna! Selma Bruna! Selma Bruna! HERMANN 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 Pus, ich lebe, du lebe, du lebe, du lebe, du lebe. Musik 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 Sie haben einen Status, Sie wurden mit dem Stehleick. Was ist der Leipzig, der wir lesen werden? Er ist der Unterschied? λ低. Gehtじゃないですか? Er steht hier, er hat er. Er ist hier wichtig. Er steht und ich habe mich Trehle its根. Er steht, ich habe yellow bastante, ich habe управgestellt. Ach der Wecke sehr. Das war's! Das war ein starker, starker Gegner. Ja, ja. Ja, das ist immer, um Respekt zu sein. Keine Brot, keine Bullshoot, einfach nur Spott. Was hast du mit dem Erzähl gemacht? Du warst 18, 19 Jahre alt. Du warst 18, 19 Jahre alt. Du warst einiges, also... Du hast du Zeit, du hast... Du wirst uns nicht mehr. Du bist ein Gewinner. Du bist ein wirkliche Herz. Vielen Dank. Vielen Dank.